Hallihallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist CajunLP und wir spielen wie immer freudig Bully, die Ehrenrunde. Und sind gerade aufgewacht und ich habe keinen Plan, was wir heute alles noch für Unglück verzapfen. Wir können ja hier erstmal den tollen Feuerlöscher an uns reißen und hier mal den Nerds mit vollsprühen. Wie, jetzt greift er mich noch an oder was? Leg dich nicht mit mir an. Weiß ganz genau, dass du keine Chance hast gegen mich. Genau, hilf mir. Komm schon. Zack. Oh, sorry. Ich wollte dich nicht angreifen. So, und dann machen wir gleich mal... Ne, wir machen den nächsten Auftrag noch nicht, denn wir gehen erstmal freudig in die Schule. Es ist nämlich gleich wieder soweit. In 10 Minuten klingelt die Schulglocke und ich bin gespannt. Welche Unterrichtsstunde heute auf uns wartet. Ich hoffe trotzdem, es ist nicht deutsch. Naja, zumindest ist es schon mal in diesem Gebäude. Wir lassen uns überraschen. Und hier gibt es eine Ansage. Was sagt die denn, die Dame? Ich verstehe kein Wort. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit plappere. So, was haben wir denn hier? Was steht da? Äh, ja. Biologie 3. Das letzte Mal hatten wir eine schöne Ratte. Ich bin gespannt, was heute auf unserem Präsentierteller landet. Herrlich frische Kadaver. Na, das hört sich gut an. So, wir wissen, wie das geht. Ein Fisch. Jo, okay. Also erstmal anpinnen wie immer. Hier unten, da oben. Einmal hier in die Schnauze rein. So, identifisieren wir mit der Lupe. Das Auge haben wir hier. Dann schneiden wir mal das Auge raus. Ja. Und wir schneiden fröhlich weiter. Und ich wollte ja eigentlich mal im Uhrzeigersinn schneiden. Das machen wir auch gleich mal. Oh, fuck. Ich hoffe, die Zeit haut hin. So. Äh, naja. Ob das jetzt hier wirklich besser geht, ist mir auch ein Rätsel. Aber es geht auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier schön das Filet raus mit der Flosse. Die Kiemen, die haben wir hier oben. Natürlich. Die schneiden wir natürlich auch raus. Und ich hoffe, die Zeit wird nicht gleich knapp. Hm. Oh, nasty. So, was haben wir noch? Hier, die Leber. Äh. Ich wusste gar nicht, dass Fische eine Leber haben. Aber irgendwie müssen sie die Giftstoffe wahrscheinlich auch absondern. So, die Zeit wird immer knapper. Immer enger wird es hier das Ganze. Nichtsdestotrotz werden wir es schaffen, denke ich. Den Magen. Für so einen kleinen Fisch werden die Eingeweide auch immer größer, finde ich. Ja, schneller. Jo. Da haben wir es schon geschafft. Das ging ja fix. So, und weiter geht's. Wir sollten mal wieder in die Stadt vorbeischauen. Vielleicht in unser Strandhaus rein. Da haben wir es geschafft. Die Deutschunterricht. Den schwänzen wir einfach mal ganz frech. Aus dem einfachen Grund, äh. Da es wahrscheinlich sowieso... Äh. Diese... Unerörterbare... Wortkette im Deutschunterricht sein wird. Äh. Die ich noch nicht mal ansatzweise geschafft habe. Mit meiner endlosen Kreativität. Vailrennen. Ja. Dann schauen wir mal. Wo uns das Rennen hinführt. Hey, Pete. Bidi. Oh, Jimmy, das ist du. Ja? Ich glaube, du willst den Garry jetzt, dass er die meisten der Schule gegen dich hat. Und du hast die fröhliche Kinder zu throwen Sieg. Garry will was kommen zu ihm. Was ist mit dir? Nothin. Du sitzt da, auf jeden Fall, wie ein Verlust. Was ist jemand in deinem Bett? Was ist passiert? Well, für einen Moment, ich hatte Freunde. Just einen Moment. Du und Garry. Ja, Garry ist ein Snake. Und du bist ein Psychopath. Ah, come on. Du hast mich beurteid, aber ich bin nicht weg. Aber irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. Ich glaube, das haben wir schon mal verkackt, oder? Kann das sein? Die Frage ist halt, okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal zum Beach. Aber das Intro, das habe ich doch schon gesehen. Haben wir das verkackt? Wenn ja, warum haben wir das verkackt? Also, ich weiß es nicht mehr. Wisst ihr es noch? Ich habe es noch, ehrlich gesagt, lange nicht mehr gespielt. Ungefähr vier oder fünf Tage, weil ich leider keine Zeit dafür hatte. Dazu war ich auch noch erkältet. Die Nachwirkung gehört mir leider immer noch. Ich werde das Ding einfach nicht los. Aber... Oh, einmal hier die Notbremse gezogen. Und da unten geht schon los. Also, an den Abschnitt kann ich mich aber nicht erinnern hier. Oh, jetzt müssen wir tippen hier. Komm schon. Yeah. Oh, nein. Oh, fuck off. Ja, das geht ja klasse los. Let's fail Beach Race. Die Steuerung ist natürlich auch... Ich muss... Äh... Wie ASD wird das nämlich hier gesteuert, das Ganze. Oh, da geht es lang. Ich will die Treppe hochfahren. Wobei man W aber andauernd antippen muss. Geht es denn jetzt hin? Äh, damit sich das Ding in Bewegung setzt. Also, damit er tritt. Jetzt muss er aber nebenbei hier noch. Mit, äh, A und D lenken. Da kriegst du echt... Da kriegst du Knoten in die Finger. Das ist unglaublich. Aber dafür schlagen wir uns hier nicht schlecht. Das wäre cool irgendwie, wenn man da... Ich muss die Steuerung vielleicht mal... Uah! Ummodifizieren. Und, äh, da sehen wir hier schön... Äh, die... Ja. Wie soll ich sagen? Die Hinterhöfe der Stadt. Boah, da hat das... Also, ich bin hier die ganze Zeit mit dem Mittelfinger am tippen. Boah, Leute. Aber es scheint ganz gut zu gehen bisher. Aber so langsam wird mein Arm auch taub. Oh, ist das jetzt hier gerade? Nein, es geht immer weiter. Aber zum Glück ist es nur eine Runde. Oh. Das erinnert mich so ein bisschen hier an Rheuma, oder was? Oh Gott, ich hab kein Gefühl mehr in der Hand. Uah! 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 Treten! Weiter treten! Und da ist uns auch schon einer auf den Fersen. Das ist unglaublich. Wir können uns hier auch keine Pause leisten. Wir müssen immer weitermachen. Uah! Uah! Komm schon! Shimmy! Radl um dein Leben! Oh, Alter. Es geht auch nicht schneller. Uah! Abgesehen vom Fail am Anfang. Ich will jetzt noch nicht zu viel sagen. Aber ich glaube, wir schaffen das. Uah! Oh, meine Hand. Gut. Schöne Wunsch. Komm her und sieh mich irgendwann. Ich habe deinen Trophäe. So, wir haben das Bike-Rennen gewonnen und eine Trophäe gewonnen. Und ich hoffe, die Trophäe ist im Fahrrad. Und dann holen wir uns die doch gleich mal ab hier. Aber das scheint eine Mission zu sein, wenn ich jetzt starte. Strandkeilerei. Ich hoffe, ich muss nicht Fahrrad fahren. Oder etwa doch? Ja, du willst einen C-785 bekommen. Dann verabschiedet es und es mit einem 767 in Titanium. Sehr schrecklich. Aber es wird deine Maschine fliegen. Das ist, was die Profis machen. Wirklich? Ich habe den 976 bekommen, weil ich dachte, es würde mich wichtig sehen, in meiner Gruppe. Ein 976? Was, bist du eine Mädel? Oh, hier ist der Kind, der die Rennen gewonnen hat. Hey. Du kam für die Trophäe, huh? Yep. Hier ist sie. Beautiful. Molded plastic, covered in Aluminum wrap, with your name misspelled on it. Excellent. Great. Look at this. A bunch of guys whose career aspirations are to work in stores. Fabulous. I love it when people know their place in life. Die haben meine Trophäe geklaut. Und bitte nicht aufs Fahrrad jetzt. Wo sind sie denn? Äh, ich sehe sie gar nicht. Da hinten. Vielleicht sollte ich mir doch das Fahrrad nehmen, was hier steht. Äh, drauf hier mit dir. Oh jo, oh jo, oh jo, oh jo. Also das ist schon echt. Das ist ja richtig schnell. Das ist ja ein richtiges Rennrad hier. Die Frage ist, wie wir da hochkommen. Äh. Ja, hätten wir eigentlich auch zu Fuß laufen können. Ja, steigen wir mal wieder ab. Und jetzt wollen die mich hier. Weg mit dir. Zack, was ist das noch vom Steg geschubst? Komm her. Uah, so. Die neuen Kombos anwenden, die ich gelernt habe. Hier auch im Boxclub. Och nein, jetzt fliege ich hier noch runter. Nein, komm hinterher. Aber hier dieser Elvis-Verschnitt, der hilft mir. Das ist natürlich ganz gut. So, der andere auch noch. Uah. Komm her, du. Und zack, hat er das EI gekriegt. Unglaublich. Hu, hu, ho. Zack, und der Nächste. Ja, du wirst auch nicht verschont. Oh, das war der Roundhouse-Cake. Habt ihr den gesehen? So, zack. So, und noch die Trophäe hier. Den Obermakker mal schnell. Oh nein. Oh. Zack, wunderbar. Radrennen freigeschaltet. Na, da freue ich mich aber. Mache ich aber bestimmt nicht in diesem Part, sondern erst, wenn ich die crappy Gestörung angepasst habe. Natürlich. Und was will er hier? Will er mit mir quatschen, oder was? Äh, nee. Er ist verprügelt nämlich und jetzt soll ich den Auftrag für dich übernehmen, oder wie? Ich bin doch nicht ein Laufbursche. Kannst du mal schön knicken, Freund Blase. So. Und, äh, wir werden jetzt mal einen Job machen. Das haben wir, glaube ich, nämlich noch gar nicht gemacht. Einen tollen Job. Das sind diese, diese grünen Dollarzeichen, die da auf der Karte zu sehen sind. Dann müssen wir natürlich auch erst mal hinkommen. Oh, Polizeiwagen, was ist hier los? Wie? Was? Nein, 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 nein. Lauf, Chemie. Mist, wo ist unser Skateboard? So, hier geht's lang. Denn wir brauchen auch ein bisschen Kohle. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber vielleicht können wir uns da irgendwas Fettes irgendwann mal von kaufen. Zum Beispiel auch ein eigenes Fahrrad. Zeitungsjunge Intro. Hey, kid, willst du ein bisschen Geld verdienen, um die Papers zu vermitteln? Das klingt gut. Okay, hol die Papers und vermitteln sie alle. Aber nicht zu late. Oh, nein. Nicht auf dem Fahrrad. Nein. Nein. Warum? Naja, was soll. So, wir holen hier die Zeitung ab. Okay, okay, okay. Äh, wie? Wie krieg ich den da jetzt rein? Ja, los, schmeiß rein, Jimmy. Aha, okay. Das nächste Mal kann ich auch einfach werfen. Hab ich getroffen? So, warte mal. Das sieht gut aus. Ich mach hier echt einen guten Zeitungsjob. Sollte vielleicht den Beruf wechselnden Zeitungsausträger werden und da jagt mich ein Hund. Ah, der geht ja gar nicht mehr weg. Oh, ab, sonst bring ich dich in die Kantine. Ich verfolge der mich immer noch. Ich hör's hier bellen hinter mir. Geh weg. Oha, der arme Köter. Aber so leicht kommst du mir nicht davon, du. Ist er schon weg? Nein. Na gut. Ist mir grad nochmal so entkommen. Und da hör ich schon wieder die Polizeisirene. So, wir hauen jetzt mal wieder schnell ab. Nach Hause. Weiß gar nicht, wie viel Geld wir gerade verdient haben. Eine utopische, eine utopische Summe mit Sicherheit. So, und wir machen jetzt nämlich mal den nächsten Auftrag direkt hinterher. Stecken mal hier alles weg. Und wir haben, haben wir eigentlich, haben wir noch Blumen eigentlich? Das sieht irgendwie nicht so aus hier. Aber ich würde gern nochmal eine der netten Damen bezürzen. So, da oben ist ein X. Und, äh, da schauen wir mal. Welcher Auftrag. Oh, oh, oh. Biologieraum. Unkrautvernichter. Na sicher, das können wir. So, Dr. Frankenstein, was geht ab? Hallo? Du, Junge. Nicht nur da stehen. Komm und hilf! Was willst du, Herr? Warum hast du mich für mich? Ich habe dich für dich? Oh, ja, ich habe es gemacht. Look at that plant, boy. Magnificent, ist es nicht? A Crapula maxima fortissima. A rare and precious Venus flytrap. Unfortunately, there is a boy at this school, Darby Harrington, who was given such a plant from his father. His father is not a nice man. Darby is not a nice boy. They keep that plant to belittle my collection. There are two sides to biology, boy. Life and death. Do I make myself clear? Very clear, sir. You want me to kill Darby Harrington? Yeah, I'll get right on that. Not the boy, boy. The plant, boy. Kill the plant. Oh, right. Oh, man, oh, man, oh, man. Also, es nimmt immer merkwürdige Züge an hier das ganze Spiel. Jetzt müssen wir hier irgendwelche Pflanzen vernichten. Nehmen die ab, Kürze, springen hier rüber. Hey, yeah. Und da haben wir es auch schon geschafft. So, jetzt mal schnell aufs Bord springen. Spring. Und jetzt müssen wir natürlich auch erst mal die Pflanze finden. Oh, da war ein Pfeiler-Weg. So, einmal hier rum. Schön auf dem Rasen. Der Rasen mit den Stoppernoppen, der uns bringt zum Stoppen. Ah, ich bin wieder so reimfrei heute. Das mag ich richtig. Ja, und hier das Gateboard, das steuere ich übrigens nicht mit W, sondern mit Link-Shift. Also drücke ich hier die ganze Zeit mit dem kleinen Finger, um dieses Board zu beschleunigen. Also, ich muss hier unbedingt die Steuerung nochmal anpassen. Und das geht gar nicht klar. Da verknotest du dir die Pfoten hier. Oh, 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 oh. Und da sind wir auch schon da. Will er mich verprügeln? Ey, was soll das denn hier? Da habe ich aber schärfere Geschütze. Nicht mit mir. So, den haben wir erstmal erlegt. Ja, mein Publikum. So, rein da. Hallo. Ach, du Schattende. Wie teuer ist das Ding? Zwölf, acht, wie ich aussehe. Naja, nützt ja nix, müssen wir ja anscheinend machen, ne? Ja, dann verkleiden wir uns mal schön hier. Frauenschwarm, na sicher. Gut. Nehmen wir an. Jetzt haben wir eine tolle Frisur. Aber wir müssen jetzt nochmal hier hin. Äh, was ist denn unser Auftrag eigentlich? Oh, da steht hier die Pflanze rum, die ich übersehen habe. Ich habe es noch gar nicht angenommen, deswegen vielleicht. Ah, alles klar. Geh jetzt hier hin Was muss ich machen Oh öffnen Ewas gewesen So wieder auf Aufs Board Und jetzt können wir uns hier schön reinschleichen Nämlich oder müssen wir uns jetzt vielleicht noch Irgendwelche Strebsam Klamotten kaufen Um die Pflanze Zu zerstören Wir sind quasi undercover unterwegs Und es wird auch schon dunkel Wir hätten eigentlich vielleicht unsere El Zorro Maske aufsetzen sollen Die Maske des Hankers Und ich glaube das ist das Haus hier So Jimmy Mal gucken So da sind wir Ne ist natürlich noch nicht das Haus Da sind wir aber noch ein gutes Stückchen von entfernt Sollte mir vielleicht wirklich ein Fahrrad zulegen So weg hier Dicken Tollas Hier komme ich Oh Leute Ich stehe doch immer alle im Weg rum hier So und da werden wir jetzt Gar nicht großartig hier Wieder aufs Board steigen Sondern direkt die Pflanze zerstören Ja coole Hütte hier Rein mit dir Rede mit Biff Na klar Danke danke Achso ja Reden sollten wir vielleicht auch erstmal Finde und zerstöre die preisgekrönte Pflanze Hey Jungs Hier schon mal zu Aber es ist ja eh oben wie man sehen kann Dann gehen wir mal hier rein Dann gehen wir hier lang Auch hier schön pokern Da hätte ich ja auch mal wieder Bock drauf Vor lange nicht mehr gepokert So Wie jetzt Hm Wie kommen wir denn Ach hier hinten ist ne Treppe Ich bin auch selten blind Wie immer Und hier ist schon das Gewächshaus Und da schleichen wir uns jetzt mal rein Ganz vorsichtig Und da oben ist sie auch schon Benutze Gift um die Pflanze zu vernichten Ja aber vorher machen wir hier noch ein schönes Erinnerungsfoto Natürlich So Ganz toll Kommt in unsere Sammlung Juhu Jetzt nehmen wir hier die Giftspritzpistole Und die sehen das Ding mal richtig zu Oh Und es lebt Es stirbt Und gleich ist es weg Crapula Maxima Ciao ciao Ich hab dir das Leben ausgehaucht Und die ganzen Fliegen sind wieder frei Ich hab also auch noch ne gute Tat gemacht Oha 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 Und gibt's hier vielleicht irgendwo ne Abkürzung Oh Hier durch die Tür Ich bin gleich tot Leute Wiss ihr das überhaupt Ich hab gar nicht mehr so viel Energie und so Oh Mist hau ab da geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Wie warum ist die Tür zu? Muss ich die wirklich plappen machen oder wat? Ich guck nochmal nach Ich guck nochmal nach einem einfacheren Weg Aber offenbar muss ich die tatsächlich pläten Nichts leichter als das Vielleicht geht dann die Tür auf Huah Und vielleicht krieg ich auch ne Cola Die brauche ich nämlich auch noch Bin ich hier wirklich gleich geliefert Alter Komm her Ich nehm hier das ganze Pflanzenhaus auseinander Huah So Das muss reichen Gib mir ne Cola Ja Cola Gott sei Dank Jetzt sieht meine Lebensenergie auch schon wieder um einiges besser aus Und jetzt ist hier unten hoffentlich die Tür offen Nachdem wir jetzt die beiden Leute hier Äh Oder auch nicht Warum nicht? Komm hier nie raus Sag nicht mit mir Leg dich nicht mit Cajun an Was willst du? Komm her Ach der ist auch schon weg Ja wunderbar Klasse Texas Hold'em No Limit Ist hier unten am Start Und keiner spielt Woher kommt der denn her? Boah Der hat ja Pumps hier Komm rauf Huah 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 Bam Ja einfach keine Art verdientung Ich mach hier alles kaputt Ist mir egal Okay Da kommen wir nicht durch Aber hier ist die Tür auch schon wieder offen Und äh Vielleicht können wir den ja von hier irgendwie kriegen Ne Aber der kommt jetzt hier hoch Und da können wir schon mal schön zielen Boah Warum ruckelt das so? Nein Nicht ruckeln Mist Alter Lass mich doch mal atmen Lass mich Luft holen Alter Boah Komm 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 Set Boxen Champion Hier oder was Ich bin gleich tot Leute Verdammt Neuuuun 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 Komm Fuck off Ich bin gleich tot Habe ich es geschafft Ne ne Yes Oh Was für ein knappes Ding Das Juckpulver hat mir das Leben gerettet Das hätte ich mal gleich machen sollen Also gegen Gegen diesen Box Champion hat man ja überhaupt gar keine Chance Unglaublich Und ich hab irgendwie das Gefühl dass ich noch immer verfolgt werde Aber es sind wahrscheinlich alles nur Wahnvorstellungen Wir brauchen jetzt alter meine Energie ist absolut im Keller Wir brauchen jetzt zuerst mal brauchen wir Ne Coke Lass uns natürlich auch nicht erwischen hier von den Hampelmännern Sondern nämlich einfach nur die Abkürzung Um schnell nach Hause zu kommen und Cola zu trinken So ab aufs Board Zack Und hier einmal die Wende Neuuuun Lass mich in Ruhe Ich hab keine Zeit für dich Ich muss Cola saufen Beziehungsweise erstmal speichern wenn der Fortschritt verloren geht Oh Gnade mir Gott Wir speichern äh hier oben Genau So Leute Ich muss euch leider mitteilen Dass der Part schon wieder um ist Und ähm Wir sehen uns dann beim nächsten Part Euer CajunLP Und tschüss Und tschüss